Ich bin jetzt nur zum Start, mein Emerald daraus brauchen, mein Spirit, mein Spirit. Hast du noch eine, da ne? Du hast ja erstmal eine Ziele Spirits, ne? Wie viele hab ich dir gegeben? Fünf Stücke oder so, ne? Ja, das waren ja beides Level 5, weil die kann ich nicht mehr verwenden. Ja, aber davor hab ich die Ziele gegeben. Ja, die hab ich aber alle auf meinem alten Boden drauf gehabt. Also auf meinem Ding. Das hat's aber heftig gebracht, deswegen war der einfach krass besser als andere. Ja, deshalb bin ich auch relativ froh, dass ich das jetzt der erste überhaupt nicht irgendwo anbringe, weil ich hab erst später, ich hab die mir aufbewahrt, bis ich ne geile Waffe hab. Und ich hab ja später, äh, herausgefunden, dass du maximal 10 mehr, Alter, das sieht echt gut aus hier. Oder 10 weniger. Wirst du, die Lichteffekte sind einfach krass aus rechts an der Wand, ne? No. Ähm, dass du nur 10 Level mehr oder weniger haben darfst. Mal gucken, hier ist ne Höhle. Ja, aber ist an sich ja auch. Warte, ich stell hier ne Bombe hin, dann ist sie frei. Ja, Gold wär geil. Aber man kann die auch so durch. Emerald brauche ich. Hier oben. Ah, hier ist Iron. Ich nehm es einfach mal auf. Ist ja scheißegal, wir geben es uns ja dann. Hier brauchen wir die Bombe. Tch. Noch eine. Hier geht's nicht weiter. Doch, hier oben. Ich komm da nicht rein. Warte. Das war klasse. Nice. Ne, eine Wehe. Ich mein hier schon wieder. Ein Tier ist wieder das einzige Tier, was nicht mehr kommt. Ein schönes Tieres. das heißt es wird doch jetzt gleich mal das Dorf kommen noch ein Grunde ähm Reitner Geld dürfen durch ihn für jedes Ding was äh nicht weiß es brauche ich im Reitner geht und da habe ich noch gar nicht aber wir sind jetzt wieder aufgestiegen Flüchtlinge ein neuer Rüstung herstellt das war ja alles beim nächsten Mal die Lege im Bauern hat nur noch bescheuert ihr euch ist bedrückt was schon so wie kann doch gleich die Sache herstellen wir können ja im Dorf einfach alles schnell herstellen was wir herstellen können gibt auch neue Rezepte locker die wir kaufen können und ein Glück das ist schon 30 bin 48 Alter du es ganz schön krass auf wir sind bald läuft gleich auf ja ich lebe ja auch immer ein bisschen schneller als du ich lass dich ja auch viel alleine gehen das Hauptsicherheit auch einfach weil ich weniger IP brauchst du naja es ist weniger ich brauche weniger IP als du bis sie ein Level Up und du hast gerade gesagt ich habe ich schneller weil ich weniger IP bekommt ja brauche hast du nicht gesagt ich habe ihn auch gesagt wetten doch ich hab's davor aufgenommen wenn wir dann sehen ja kann ich mir gleich angucken ich sehe dich nicht aber da läuft so ein weißer Punkt da ist so ein Schein über die Karte oder Lampe ist der Bogen denn echt ziemlich geil ja da ist er nicht mehr ah hier ist die Stadt geile Tempowerte ist er deine Power jetzt ne einen noch Tempo 5,3% ach kannst du den immer noch nicht benutzen ne ne ein Power weil ich glaube wenn du jetzt noch ein bisschen hochpowerst ne also wenn wir jetzt ein paar Dungeons noch machen und wir immer Boss äh Coins bekommt das sie dann irgendwann noch mal hochziehen kannst ja wenn das mache ich auch mit meiner Rüstung wahrscheinlich ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' nämlich eine blaue Rüstung echt die hab' ich im Dungeon gefunden als ich alleine das 1 Let's Play gemacht hab' so wo ist die ich brauch' den Schneider ja das kostet auch 133 Kreuz, Alter und ich hab' 60 was wollt' ich jetzt eigentlich machen achja das ist auf meinen Stab danke warum ist hier eigentlich ein Markt und da ist niemand drauf das wäre eigentlich noch ganz gut wenn auf dem Markt immer so Sondergüter angeboten werden oh ich hab' das kommt alles noch also man muss ja anmerken dass das jetzt so die erste Version ist überhaupt Spielball draußen ist so ne mega Alpha dafür finde ich macht's echt schon Laune dass wir das so zwischendurch mal spielen ich hab' noch ein blaues Langschwert ich hab' voll hier heftige Sachen für für Schurken zwei blausachen für Schurken drei blausachen für Schurken drei blausachen für Schurken ich hab' den jetzt drauf gemacht, dass Grön ausgute hergestellt ich kann mir einen guten Zauberstab herstellen 말고 also im Starverstab herstellen Flächenschaden? Ja, einen besseren als Mann. Was brauche ich denn da für Schönes? 16 Holz. Wie viel Holz habe ich? Also eine Waffe kann ich mir keine gute herstellen. Keine bessere. Ja, ich stehe dir auch nicht hin. Ich würde ja nicht schon wieder Holz abziehen müssen. Kann ich schon was geben? Ich brauche keinen Holzraudel. Ja. Achso. Handschuhe geil, ich kann mir bessere Handschuhe herstellen. Boah. Oh, komm, da kann halt so mal doppelt kommen. Bei nein, John habe ich so Pech. Scheiße, man, dafür brauche ich Emeralds für Gründe-Sachen. Wow. Das ist voll unnötig. So viel Emeralds gibt es nämlich gar nicht. Das gibt es richtig selten. Ich kann mir das aber trotzdem herstellen. Ich habe fünf Emeralds. Zum Schneider. Da kann ich mir jetzt eine coole Rüstung herstellen. Nice, da bin ich ja... Da hat sich die Aufnahme echt für mich gelohnt. Und für dich eigentlich auch, ne? Der Bogen ist echt immer. Ja, aber... Und ich kann ein paar gute neue Sachen herstellen. Du solltest mal zum Dingstag gehen. Bist du beim Schneider? Ja. Oh, nice. Du solltest mal zum Warenverkaufel gehen, der gibt dir bestimmt neue Rezepte. Bis zum Fall überhaupt oder auch allgemein mal gucken, ob du was Neues gelernt hast. Ich habe zum Beispiel Handschuhe gelernt. Die sind ganz geil. Sie sind zwar weiß, aber die sind besser als man jetzigen. Ja, ich habe auch nicht... Kein einziges Amulett. Ja, Herr Balls. Was ich erstellen kann. Was hat das? Das ist besser als 9. Goldring. Tempo 1,6 und Crit 1,2. Welches Level? Power? 17. 24. Leute, habe ich nicht mehr. Krieg ich den herstellen? Neu, mir fehlt ein Gold. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Hm, 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 hm. Natürlich ehrlich, weil ich nicht noch meinen Boden, äh, auf meinen Bogen anbringen kann, obwohl es ja nicht mehr lang entfernt ist. Hm, 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 hm. Und der Mensch, Moot Boomerang. Oh, der kann nicht mehr. So nice, ich gehe noch mal ein paar Sachen verkaufen. Oh, warte mal, du verkaufst lieber, du hast weniger. Wie viel Geld hast du? Ich habe genug Geld. 1,5 Gold. Oh, wow, du hast mehr Geld jetzt nicht. ich kaufe auch nie was was ist eigentlich weil ich habe genau den Boomerang gefunden den ich gerade jetzt als Rezept gelernt scheiß drauf nee warte der, der dich ab ist krass geiler den ich gerade gefunden habe der hat einen goldenen Stern aber egal ich brauche den nicht ich werde sowieso mit dem Bogen kämpfen und dazu gebe ich keine zwei solchen Nuggets aus kann man die Waffe eigentlich auch schon verbessern, bevor man sie ausrüsten kann weil wenn wir jetzt bald weiter kommen du meinst hoch machen? aber ich kann keinen einzigen Spirit darauf anbringen hä, aber Min-Spirit, ne ich habe keine Spirit, nur den einen und der ist nachher nicht so gut naja, bringe ich ihn einmal hier an oh man oh, er hat den ganzen Dingstag durchgespielt ja was steht bei dir oben bei Hugh? weißt du das hier was? bei mir auch was das so heißt Humanität Wasser Wasser? ne, da würde ich mal sagen, bedanken wir uns für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal coronINT voyez bis zum nächsten Mal iers bei Vielen Dank.